Vollstein Jetzt geht's zum Grünen Ring um Deutschlands Hauptstadt, nach Brandenburg Die Hauptstadt ist Potsdam Renaissance und Rokoko gehören zum Weltkulturerbe Ein Hauch von Venedig mitten im Spreewald Genug Wasser für alle Brandenburger und Berliner Und für Brandenburg am Start ist Subway to Sally Hier sind wir also sechs Männer und eine schöne Frau, die vor ca. 15 Jahren sich den Namen Subway to Sally gaben Wir machen moderne Rockmusik mit deutschen Texten und teils mit historischen Instrumenten Und wir versuchen uns nicht an Trends zu orientieren, sondern wir machen einfach das, worauf wir Lust haben Was die wenigsten Leute wissen ist, für jeden Brandenburger Bürger gibt's mindestens 10 Quadratmeter Wasserfläche Wir sind gar nicht so staubtrocken, wie man immer denkt Brandenburg ist am schönsten vom Wasser aus Aber besonders lieben wir an Brandenburg eigentlich das Nachhausekommen von Natur Wir sind seit 15 Jahren zusammen, das fühlt sich an wie eine alte Ehe Das wird mit den Jahren immer besser und wir sind noch lange nicht am Ende Subway to Sally tritt an für Brandenburg Und ich geh mal rüber zu Elton, der steht nämlich im Fan-Blog von Subway to Sally Elton Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, sehr gut Etwas düster, aber ich muss auch nochmal hier zum vorigen Bundesland kommen Zu Nevada Tan bzw. Panik Die hatten ja erst einen Plattenvertrag, dann mussten sie ihren Namen ablegen Bei Frauen, die erfolgreich sein wollen im Plattenbusiness ist es ja umgekehrt Mann! Achso, Entschuldigung Ja, es ist ziemlich schwer hier in diesem Blog Kundenträger zu finden Normalerweise ist ja bei Subway to Sally eher auch etwas düster angesagt Aber hier ist eigentlich normale gute Stimmung, oder? Ja, warum nicht, warum nicht? Was meint ihr denn, mach den Erfolg aus? Letztes Mal war ja in Extreme auch sehr, sehr erfolgreich Und jetzt, ja, ich habe gehört, da gibt's ein bisschen, wie sagt man, Beef zwischen in Extreme und Subway to Sally, stimmt's? Ich könnte mich nicht erinnern Ich auch nicht Ja, warum eigentlich? Ich meine, die Mucke ist doch beides gut Ja, eben, also für mich ist das wie Toten Hosenärzte, mir ist das egal Ja, aber jetzt sind wir hier wegen Subway to Sally und ich glaube, die sind auch jetzt schon bereit Ja, also Subway to Sally, eine Band, die es schon seit über 15 Jahren gibt Mit teilweise eigentümlichen Instrumenten spielen sie und gehören eigentlich zu den großen Bands des Mittelalter-Rock in Deutschland Hier sind Subway to Sally für Brandenburg mit dem Titel Auf Kiel Hallo Freunde! Ich hab mein Boot, mein Boot auf Kiel gelegt Verteut nach allen Regeln Ich hab das Meer vom Rumpf gelegt Nahm Wind aus seinen Segen Nun liegt es fest und unbeschwert So fest und unbeschwert Nur manchmal, wenn der Südwind wird Und wildes Fernweh durch mich geht Wie schauerliche Stürme Dann seh ich mich Wieder nach der See Auf Kiel gelegt Hab ich mein Boot Es faulen bald die Planken Es faulen bald die Planken Die Ratten gingen längst von Bord Und alle Anker sanken Mein Boot Mein Boot liegt fest und will nicht fahrt Liegt fest und will nicht fahrt Nur manchmal, wenn der Südwind Und wildes Fernweh durch mich geht Wie schauerliche Stürme Denn manchmal, wenn der Südwind wird Und wildes Fernweh durch mich geht Wie schauerliche Stürme Denn manchmal, wenn der Südwind wird Und wildes Fernweh durch mich geht Wie schauerliche Stürme Dann seh ich mich Wieder nach der See Wieder nach der See Wieder nach der See Wieder nach der See Auf Kiel Auf Kiel